Ich bin im Gegenteil sehr froh, dass es die Freiheitlichen in Österreich gibt, weil wir halt nicht alles ungefragt hinnehmen. Das muss man ja nicht. Man kann ja kritische Fragen stellen. Sie machen das. Sie haben das früher auch anders gemacht. Die Grünen waren früher auch eine andere Partei, haben auch sehr viel hinterfragt. Jetzt sind es halt Regierungspartei, da verändert sich halt ein bisschen was. Selbst in der DNA der Grünen, die eine ganz andere war. Aber ich bin froh, dass es uns Freiheitliche gibt. Ja, wir hinterfragen halt vieles. Ja, wir nehmen nicht alles als gegeben hin. Aber wenn wir jetzt alle auf einer Linie sind und alle nur mehr eine Meinung vertreten, ja, dann brauchen wir keine demokratische Pluralität mehr. Und dann können wir uns ja auch selbst abschaffen als Partei. Können Sie als Regierungspartei jetzt anders sprechen? Definitiv nicht, weil unsere DNA etwas gefestigter ist als die der Grünen. Und ich glaube, das haben wir gezeigt. Das, was Sie jetzt zeigen, das untermauert ja auch das, was Sie da heute zum Besten gegeben haben.